Fragen! Fragen! Gibt es? Gibt es auch unsere Fragen? Ich weiß nur, dass es nie muss sich was wollen wird, mein Fragen! So, na ehrlich, du bist ja auch keine Freunde mit mir zusammen, ne? So ungewöhnlich viele Männer vor dir hatten, da. Gut Jungs, finde ich gut. Früher haben die immer gesagt, meine Frau hat mich mitgeschleppt. Aber jetzt kommen die mit und singen die Texte sogar. Ich werde immer in Interviews gefragt, warum ist dein Publikum hauptsächlich Frauen? Ich habe gesagt, so stimmt es nicht, das sind schon 30-35% Männer. Und wenn es irgendwann mehr als 50% wird, dann höre ich auf. Aber noch geht's. Erstmal hören wir die Jungs hin, okay? Nur die Männer jetzt, nur die Männer. One, two, one, two, three, four. Und ich sage dir. Und ich sage dir. Ja, das kommt. Unsere Schweige. Sinne kommt. Unsere Schweige. Vielen Dank.